Moin, lacht mal drüber! Die Diesel wurde vor 70 Jahren gegründet. Hallo Julia! Die Welt, die braucht wieder mehr deutschen Humor. Hallo Julia! Hütchenspieler ist eine wunderbare Metapher für die Ampel. Drei Hütchen und unter einem ist die Kugel versteckt, mit der die FDP dann alles wieder wegkriegt. Nicht jeder, der aussieht wie ein Politiker, ist auch ein schlechter Mensch. Nein, ich möchte nicht Kanzler werden, aber ich darf dem Volk den Wunsch, dass ich Kanzler werde, auch nicht abschlagen. Niemand weiß einen echten Arbeiter mehr zu schätzen als ich. Ich habe viel über das Proletariat gelesen. Aber sag mal, ist das nicht eine sehr alte Pointe? Ja, aber ich bin auch in meinem Humor nachhaltig. Und was macht ihr? Wir grillen! Es sind ja nicht diese Worte, doch es sind die Sendis. Gott heißt jetzt Zalando und Jesus heißt jetzt Triss. Und ihr denkt, dass ihr erlöst seid ohne mich auf euer Tor. Doch der Kapitalismus ist auch eine Religion. Ist ja wieder klar, wenn das System kritisch wird, dann schalten sie das Licht ab. Typisch Mainstream. Pnei1 Pnei! Pnei! Untertitelung des ZDF, 2020